Das sind die schlechtesten Abnehm-Tipps auf der Welt. Mit Domme. Eins, zwei, drei, vier. Wow. Scheiße, ey. Das waren jetzt aber schon mehr als fünf. Das waren aber jetzt schon mehr als fünf? Sie hat doch nur bis vier gezählt. Das waren keine fünf. Das waren zwei. Ich glaube, ihr könnt beide nicht zählen. Hör mal, ich hab da so ein kleines Problem. Kleines, riesengroßes. Ähm. Jedenfalls, ich will ein paar Kilo abnehmen. Paar, du musst eine ganze LKW-Ladung abnehmen. Könnt ihr sie mal aufhören, ständig dazwischen zu quatschen? Ja, bei Helfen und ein bisschen Sport mit mir machen. Bisschen viel Sport täglich. Wie sehr willst du nerven? Ja. Hallo, spinnst du? Das ist für die Läufer. Hallo. Leg das wieder hin. Nein. Natürlich, das ist doch nicht für dich. Hallo. Gott, nachher kriegen wir... Wo fässt sie hin? Hallo. Nachher kriegen wir... Ah, so funktioniert das also. Verstehe. Dann kommt ein Pizzalieferer extra aufs Feld und fragt, wer ihn jetzt bezahlt. Dann war das doch alles umsonst, das ganze Training. Jetzt seid mal leise. Hahaha.